Kümmer dich um deine kleine Schwester. Sie kommt klar. Sie hat zu tun. Lass mich auch helfen. Nicht mehr lange. Halte dich bereit. Wir brauchen mehr Wasser. Nimm Schnee, wenn's sein muss, und schmelze ihn. Mach ich. Was kann ich noch für dich tun? Bleib einfach bei mir. Es kommt! Tom, hilf mir! Es kommt! Ich kann's sehen. Es sieht furchtbar aus. Nein, er ist perfekt. Ein kleines Wunder. Du blutest immer noch. Keine Sorge. Es wird bald aufhören. Tom. Ja? Danke, dass du meine Hebamme warst. Weißt du noch, als du damals nachts zu mir in die Hütte geschlichen bist? Als du an der Kirche meines Vaters gearbeitet hast? Wie könnte ich das je vergessen? Ich hab es nie bereut, mich dir hingegeben zu haben. Nicht einen Moment. Für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame Zeit. Ich auch. Ich auch. Ich hoffe, du wirst deine Kathedrale bauen. Ich dachte, du wärst dagegen. Das war ich. Aber ich habe mich geirrt. Du verdienst etwas Schönes. Baue eine schöne Kathedrale. Für mich. Papa, was ist mit Ihrem Gesicht los? Agnes? Agnes, wach auf! Agnes, wach auf! AIKG 10 10 buckets 11 200 10 . 100 10 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja? Das kostet ein Farthing und ein Penny für dein Pferd. Mönche und Dorfbewohner zahlen keinen Zoll. Ah, ich kann das nicht gut. Das habe ich Bruder Paul auch gesagt. Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Es ist nicht viel, aber ich kann dir das hier geben. Ich hoffe, es wird dir nun leichter fallen, deine Pflicht zu tun. Ah, ganz bestimmt. Kannst du dich um meinen Pony kümmern, Bruder? Ich bin gekommen, um Prior James zu besuchen. James? Die Glocken, die du da hörst. Die läuten sie für ihn. Lass das Pferd hier. Ich werde es später zur Priorei bringen. Ich fange mir noch einen Fisch, der sollte gut zu dem Käse hier passen. Was? Warum läutet man die Glocken? Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. 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 Der Teufel ist nach Kingsbridge. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel ist nach Kingsbridge으로 gebrannt.